Sodass du, wenn du ein kleines Problem löst, merkst, hm, das könnte ich vielleicht auch auf andere Probleme anwenden, dass dich dadurch, weil du das zum Beispiel verstehst, ganz viele andere Dinge auf einmal gleichzeitig mit auflösen. Oder, ich habe das mal mit einem Beispiel von Weichen gebracht, wenn du vorne an so einem Bahnhof, wo nur so ein paar Weichen in den großen Bahnhof reinkommen und die nachher verzweigen, bis da, was weiß ich, 50 oder wie viel auch immer Weichen da stehen oder zumindest Schienen auseinander gehen, dann kannst du ja irgendwo vorne, wo nur wenige Schienen sind, die richtigen Weichen stellen, damit du hinten nicht alle Weichen einzeln stellen musst, sondern dass du eine gewichtige Weiche mit Hebel stellst. So kann es ja mit einem Problem auch sein. Also wenn du dich zum Beispiel noch nie an Probleme dran getraut hast, um jetzt mal bei etwas ganz Fachlichem zu bleiben, du hast irgendwie noch nie gelernt, mit Problemen umzugehen, von mir aus, dann merkst du, wenn du das erste Problem angehst und das sogar löst, merkst du, hm, ich kann es ja vielleicht doch. Und schon traust du dich viel, viel mehr grundsätzlich Probleme anzugehen und vielleicht erübrigt sich damit überhaupt diese ganze Angst, die dich bis jetzt in so einer Stockstarre gehalten hat, dass du die Probleme gar nicht angegangen bist. Aber es geht wieder um Druck, HABÄBÄBÄBÄBÄBÄBÄBÄBÄBÄBÄBÄBÄBÄBÄBÄBÄBÄBÄBÄBÄBÄBÄBÄBÄBÄBÄBÄBÄBÄBÄBÄBÄBÄBÄBÄBÄBÄBÄBÄBÄBÄBÄBÄBÄBÄBÄ ΜT mor herum. Vielen Dank.